Oder wenigstens, welche Funktion das hat, dass sich das nicht entbirgt, sondern verschließt, nie herauskriegen sollen können zu dürfen, was das für eine Bedeutung oder Nicht-Bedeutung, Funktion oder Nicht-Funktion gewesen sein soll. Dabei ist es, wenn man es von hinten herein betrachtet und das Endprodukt ansieht und von daher alles zurückschließt, gar nicht zu schwer, diese Funktion des Nicht-sich-erschließen-sollen-können-dürfens, des Verunwirklichten-vergessen-sollen-müssens zurückzuschließen.